da hinten könnte es eventuell lang gehen na komm na los okay wir einfach nur an dem schwert das einfach dran hängt es ist schon aber so einfach nur wieso ich wollte noch immer was anderes reden ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr was es war ja stimmt überwurte und überwurte wollte ich noch reden und zwar in der folge hat mich sowieso vorher abblitzen lassen da wollte ich jetzt ein film reinziehen sonst hätte ich mit die aufnahme reingerissen noch so ein grauen malach ja komm mit und was essen ist ruhig was darfst du macht nicht und zwar viele von euch oder einige von euch haben was erwartet auf wufels und ich verspreche euch es kommt auch hundertprozentig noch was dran auf wufels aber momentan ist es echt ein hin und her mit dem wolke ich schlag ihn schon fast regelrecht dass er doch endlich mal zeit finden soll neben seinen ganzen prüfungen so mal auf wufels mit tätig zu werden weil ich will ja nicht alleine anfangen ich könnte natürlich mit wobei zusammen wieder was machen aber ist auch doof wenn mit 13 und 12 immer was machen okay war mir sogar noch nie auf dem in den wochen kann man ja gleich mal bücher mitnehmen ach das bleibt sogar gleich egal ist ja gut da sagen wir hier mischt okay schafe Nischt Sind ja die Hände ausgeflogen oder was Ach da, hier geht's Ah, hier geht's weiter Alles klar Bleib mal hier Äh, ne Uhr Für elf Smaragde Das ist krass, okay Pferd Nein Natürlich ist die Leine ganz unten Äh Ich pack mal die Angel weg, weil wir haben jetzt Eh geangelt, dann können wir das auch später wieder neu machen So, Moment, Angel Weg Mitkommen Jetzt kommt er da raus, okay Hähnchenfleisch Pfeile Weizen Kohle Habe ich leider gar keine dabei Oh Der gibt uns Wetzlar und alles klar Gut, okay Ich brauche Weizen Weizen, da hinten ist Weizen Ja, eine gibt uns Wetzlar und wunderschön Äh, Weizen Na freilich, was ist denn das, warum wird das nicht zusammengeseckt Na freilich muss ich dazu erstmal hier, äh Bisschen was abärmten Ja, ne, dann haben wir erstmal, wie viel haben wir jetzt da Elf Stück, der will aber ungefähr 21, wollte ich dann glaube ich haben Gucken wir mal, was die anderen auch so wollen, bevor es hier jetzt weitergeht Ach du meine Gülle, was ist denn hier los 19 will der eine Kommt der nicht rein, oder was Ach die Arm Moment So Ach ich sei doch so selten blöde Guck mal raus da Na los, komm mal raus da Okay, lass mal raus Ist auch einer drin Ich will mal nicht zu weit reingehen, weil mein Pferd ist da draußen Okay, haben wir hier nur noch ein Feld Das sind schon die ersten Zombies, die ich sehe Komm mal her Oh, es lacht wieder schön Und es freut mich Uh, 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 ist das da hinten Eine Wüste Ich glaube es nicht, wir haben eine Wüste gefunden Seit Ewigkeiten Kommst du Ja Ja Ja, ich glaube wir müssen hier wohl warten Nein, nein, den getötet, so ein Mist Wie, die töten unsere Weizenverpuffenlieferanten hier Da wäre ich ja richtig böse Äh, Moment, warte mal Das Pferd nehme ich mal ganz kurz Du bist mal kurz hier Pferdchen Und dann suche ich mir jetzt mal ein paar Skelettons Und würde gerne ihre Knochen haben Der hat aber keinen gehabt Okay Dann gucken wir mal weiter Da hinten ist noch einer Scharf erwischt Das ist schon okay Äh, wow Alter Schwede Stopp 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 Ich bin auch so blöd Ich habe ja noch die Ender Jazz dabei Wir haben noch genug Platz Wieso habe ich in der letzten Folge nicht dran gedacht Wir brauchen doch die ganzen Scheiße hier nicht wegschmeißen Wir haben doch noch genug Platz Ja, komm her, los So Dann packe ich die mal aus, ganz kurz So, da kommt nochmal lauter 64er Stacks rein Die können wir ja eh nicht mehr nutzen Äh, Pum, Pum, Pum Das kann auch rein Das war's auch erst mal Wo ist denn jetzt Behutsamkeit? Behutsamkeit, dass die ja nicht mit der falschen Hacker abbauen So, jetzt haben wir auch ein Problem So, okay, dann gehe ich mal zurück ins Dorf Wie viel haben wir da? Äh, total Zwei Knochen, das ist eine Ausbeute Sagen und Wurbel einfach nur Habe ich hinten nicht gerade Skelette getötet? Eigentlich müsste ja noch Knochen sein Skelettknochen, hallo Oh, ne Hexe Stopp, stopp Ich muss kurz was essen, Moment Und Nee, ich sag bloß, das ist so ein... Das sind diese Akazien. Ach du, ach du, ach du, geiles Stück. Ach du, geiles, ach du, ich. Das ist einer der neuen Biome. Oh mein Gott. Wir sind gleich da hinten. Kann ich aber auch mal sprechen. Hallo? Lieber Gesangsverein, was erlauben sie sich? Drei mickrige Knochen, hallo? Und hier liegt alles voller Popel. Und weil ich heut Geburtstag hab, da hab ich mir gedacht, dass ich hier all die Creeper einfach mal abschlacht. Bäm! Bäm! So. Auch der hat sich verabschiedet. Hier komm. Aua, aua, aua. Ich sterb noch mal besser. Benutzerfreundlicher Stern. Hürtete! Hürtete! Ich hab natürlich nur nur Pfeile fallen lassen. Wenn man sie einmal braucht, die Knochen, ne, dann sind sie geilesig damit. Hier, zwischen die Bum. Das war jetzt sehr gemein, ich weiß. Bis nuns geletzt. Keine Angst. So. Was seid ihr alle? Seid ihr von allen guten Zombies verlassen, oder was? Was, ihr Leute in Ruhe? Haben euch nichts getan. Lass den Jungen. Hier geht's gut, gell? Stopp! So. Okay, wir haben fünf Stück. Das sollte... Ach, ich sieh's. Ich hab bei Skype meinen Sound umgeändert, weil der Wolke mich versucht hat zu erreichen und ich war irgendwie nicht zu erreichen. Deswegen hab ich jetzt meinen Sound, wenn jemand online kommt, geändert. Das ist natürlich auch nicht ausgemacht, weil ich ja mit einem Wolkenau noch teilen möchte. Eventuell sogar in der Aufnahme weiß man auch noch jetzt noch nicht. Entschuldigung, muss es sein. War gerade im Schießwahn. Ich war gerade im Schießwahn. Äh, Glück brauche ich. Glück, 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 Glück. Ich brauche Glück, dass ich hier die Felder nicht kaputt mache, ja. Achso, natürlich kommt ja nur die Samen mit Glück raus und das Weizen kommt natürlich nicht mit Glück raus, oder? Ja, ne. Ein genau, ein Weizen fehlt mir, dass er nicht mal Glück im Unglück. Ich brauche also noch ein kleines Mödlein. Stopp! Also, ich gucke genau der keinen. Ich, ich, ich finde die. Ich hasse die einfach nur. Stopp. Keiner mag dich. Auch nicht mal keiner, ja, nicht mal keiner. Also hast du das schon richtig verstanden. Keiner kann schleuden. Jeder mag dich, keiner mag dich. aber wo ist noch ein skelett kommt schon schwer sein noch ein skelett zu gibt mir bitte noch ein skelett ich bin auch lieb und artig die zeiten sind vorbei hier ist alles mit einem schlag auf einmal ich habe alles gesucht hier wüste daneben wir dings wir haben vielleicht doch endlich glück in dieser aufnahme vielleicht haben wir doch endlich glück wenn ich denn nur jetzt noch ein weizen fertig kriegen würde hätte ich schon mal das erste glück stirbt einfach und stirbt vor allem seiner trainer jetzt erwischt na ok fällchen ist immer noch da das gefällt mir und da ist das letzte weizen ja so wo ist der typ der 19 wollte wir hatten noch die leute in luft genau du wirst es ich brauche ich den typen der mir er wollte mir den hier leute geben auch bestimmten schmieden das war bestimmt mal der magier genau ich danke dir das war ja rein und ja natürlich hier bist du hier sicherlich gesucht wir haben irgendwo eine workbench 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 sind jetzt noch zombies hier ist eine workbench okay dann brauchen wir jetzt mal 1 2 3 4 er trinkt an einem villager ich muss glaube ich hier ich muss das auch es ist es es war es pork es ist es war Wo kamen die her?